Aaaaaaah Aaaaaaah Hi Leute und herzlich willkommen bei TZ Chubesh Ja Jungs, wir kommen heute zu unseren Foot Champion Rewards, wir hatten es ja am Wochenende Ha! Geiiiiiii Gepackt in Gold 2 Kann man hin? Ja, haben leider, also das ist ja das Wochenende vorher Da wo wir den 12 Stunden Stream hatten Jungs Da waren wir dann am Ende, da haben wir echt dumme Niederlagen gemacht Da haben wir echt Ja, dumme Niederlagen kassiert, aber wir bekommen 45.000 Münzen Zwei seltene Megasets Und ein seltenes Gold Set Und es könnten ja auch geile Sachen drin sein Könnten was geiles am Start sagen, aber ich hoffe es endlich Wir haben ein gutes Packlack Gehen wir mal hin, oder? So ein Man of the Match, so ein Man of the Match wäre jetzt richtig geil So ein Man of the Match Der ist überhaupt nicht auf dem Transfermarkt da, ne? Hier sind wir Okay, ja gut, ich würde sagen, jeder ein seltenes Megaset Und Schnick-Schnack-Schnuck-Regel, oder? Genau, Schnick-Schnack-Schnuck-Regel, dann ums Ding, komm Schnick-Schnack-Schnuck-Nein! Rad der Hölle ist auch am Start, ne? Genau, Rad der Hölle Wie immer am Start, der macht gleich mal das erste Megaset auf Ne, ich mach mein erstes seltenes Goldene Set Ja, ich fang gleich mit nur... Ja, ich fang gleich an Ja Okay, ist schon mal kein Walk-Out Und auch nichts Besonderes Ja, Laporte, oder? Na, Rami, ey Rami, Mann, ist nett Was eine Scheiße Ja, hat sich wieder gelohnt auf jeden Fall zu zocken Achso, was, wir stoßen mal ab, oder? Stoßen mal ab, nehm mal mit, nehm mal mit, nehm mal mit Genau, Rest alles weg So, dann fang ich gleich mit dem seltenen Megaset an Komm, 30 Nimmst du das erste oder das zweite? Ich hab das zweite Wenn du schon so fragst, nehm ich das zweite? Fehler Oh, fuck, geht das schnell Oh no Nolito, Alter, es ist immer geil, Alter Noch schöne 14 Stunden Spielzeit, einfache Nolito zu sehen, oder? Das ist schon das, was weltbewegend ist, oder? Es könnte gar nicht besser sein Da ist nur Schrott drin, ohne Scheiß Oh, Steinbele, was bringt der noch? Bringt der nix mehr? Ich glaub der bringt gar nix mehr Ah, Transfer ist das eh voll Dann fliegt der weg Aber Fitness, Fitness war richtig, Junge Fitness war richtig Und noch 3.000 Münze und nochmal Paris, ne? Ja, mit dem jetzt leider nix Anfangen können, aber was bringt's Können wir noch schnell auf den Transfermarkt gehen Das letzte 30 Objekte Set, ne, hier Das bisher größte Set mit 30 Ja, genau, 30 Objekten Der Mund-Effekt Gold 2 Muss jetzt mindestens ein 85er drin sein Muss Ah In Form Oh Alter Star, Kovacic Stark Was bringt der? Damit kann der Papa leben hier Was bringt der? Stark, ich kann ja sagen, was der bringt Der bringt nämlich das Rad der Hölle vorbei Scheiße, Mann Alter stark Das bringt der vorbei Aber geiler Spieler Geiler Spieler Und auch richtig gute Werte, ne? Den können wir sogar aufheben für unser Team Ja, aber guck mal was er bringen würde Die Keule Er hat die Keule Ja, scheiß drauf Ja, aber das ist ein guter Spieler Ich hol glaube ich das Rad der Hölle, ne? Ja, würde ich auch sagen Übergebe ich das Tier direkt? Da freue ich mich doch drauf Gibt's doch nicht, hätte ich doch bloß das genommen, ne? Hätte ich doch bloß das andere Set genommen Ja, stimmt Ja, Mann Da hätte ich mich mal interessiert Ob du dann auch wirklich Weißt du, was ich meine, ne? Ob das wirklich so gewesen wäre, ne? Ja Der Rest können wir eigentlich alles weg Genau, ja gut Die ganzen Verträge brauchen wir nicht Hier Fitness dann wieder Und das LV zu LRV brauchst du eigentlich auch nicht Weil Was bringt die groß? Nichts, ja Und der Rest fliegt weg Und dann gibt's zum Abschluss noch ein gutes Rad der Hölle So wünschen sich das die Leute Das ist die Pfefferlein, die haben wir mal nicht da Ja, da muss ich nochmal drehen So, komm, da kommt aber jetzt Aber jetzt Wenn das halt mal ein bisschen nach vorne, dann fokussiert er das da, ja so Elefantenmaske Ah, das ist ja kacke Komm, komm Ich nimm die Elektro-Klatsch Nimmst du sie? Ja, ich nimm sie Stark, Junge Elefantenmaske ist ja scheiße jetzt für ein Video Gutes Applaus, alle für Simon Ah, Jungs, bevor wir jetzt hier zur Bestrafung kommen Ganz wichtig Dieses Rad ist mittlerweile so ausgelutscht Ihr könnt unter dieses Video, Jungs, könnt ihr drunter schreiben Welche Bestrafung hier wirklich aufs Rad soll Aber bitte nicht Hand ab, Kopf ab, ne? Genau, erzähl mal noch ein bisschen weiter, was ihr macht Ja, Jungs, also bitte, bitte nicht so Äh, Kopf ab, Hand ab, äh, Mentos, äh, in die Cola rein, weil das kann ja hier drin Das muss was sein, wo schnell ausgeführt werden kann, ja? Und Schnell und schmerzhaft Schnell und schmerzhaft, genau, ja, also Wie soll die Elektro-Klatsche? Sie ist schnell und schmerzhaft Du Pisser lädst dich schon wieder auf, ne? Ja, das ist ja kacke, jetzt lang ist dran Also, stopp, erstmal, warte mal Da war schon, da war schon eine kleine Brutsel So, komm Achtung, Jungs Aaaaaah Scheiße Ey, mir tut es selbst leid, weil ich dich so hasse Hat schon wieder gezwirbelt, ne? Ach, sie gezwirbelt, ach, sie gezwirbelt, alter Aber ich denke, hat sich gelohnt, oder? Ja, war okay, auch wenn der Spieler nicht so viel wert ist Fand ich trotzdem geile Sache, ne? Auf jeden Fall Guter Info, passt auch in unser Team Und dann würde ich einfach sagen, Jungs, sind wir raus, ne? Morgen ist ja Dienstag, da wird ein Stream wahrscheinlich kommen, ne? Genau, Jungs, und nochmal vielen Dank wirklich für die letzten Monate Für den Support, Jungs, Weltklasse Schreibt was zu dem Rad der Hölle in die Kommentare, Jungs Da wird es schnellstmöglich überarbeitet, wäre sehr, sehr geil Genau Und wie Simon sagt, dann sind wir raus Sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Stream Haut rein, haut rein, haut rein, haut rein, haut rein, haut rein Bis zum nächsten Mal, ciao